Hallo zusammen. Die letzten Wochen haben sich Anfragen gehäuft, ob ich mal ein Video zu kindlichen Affektkrämpfen machen könnte. Und deswegen, here we go, kindliche Affektkrämpfe. Medizinisch eine unproblematische Geschichte, aber für Eltern absolut gruselig, vor allem der erste kindliche Affektkrampf. Affektkrämpfe bekommen Kinder so ab dem ersten Lebensjahr. Der Höhepunkt ist meistens so mit zwei. Die Hälfte der Kinder hat ab vier keine mehr und bis zur Einschulung sind die Affektkrämpfe eigentlich verschwunden. Was ist ein Affektkrampf? Ein Affektkrampf bedeutet, dass ein Kind sich so aufregt, so in eine Sache reinsteigert, dass es entweder anfängt blau zu werden oder ganz blass zu werden und dann tatsächlich ohnmächtig wird. Und, das ist das ganz Schlimme, manchmal nicht nur ohnmächtig, sondern auch noch so ein bisschen zuckt und krampft, dass es aussieht wie ein leichter Krampfanfall. Das Ganze ist aber harmlos. Die Kinder sind relativ schnell wieder bei sich. Und das ist medizinisch in den allermeisten Fällen völlig unproblematisch, vor allem wenn klar ist, dass es eben diesen Auslöser durch eine Emotion gegeben hat. Das ist zum Beispiel Schmerz, Schreck, Wut oder Angst. Also Beispiel, zweijähriges Kind steht irgendwo, um die Ecke kommt ein großer Hund, das Kind erschrickt, hält die Luft an, fällt um. Oder Kind schlägt sich den Kopf an, hat Schmerzen, schreit, hält die Luft an, fällt um. Es gibt medizinisch ein paar Differenzialdiagnosen, die man schon genauer angucken muss. Also nämlich echte Krampfanfälle und auch mal Ursachen, die vom Herzen kommen. Und das ist sicherlich nichts, was ich hier in einem 3-Minuten-Video ausreichend gut abhandeln kann. Deswegen, sollte Ihr Kind Affektkrämpfe bekommen, besprechen Sie das auf jeden Fall mit Ihrem Kinderarzt, ob weitere Untersuchungen notwendig sind. Die Botschaft des Videos ist einfach, dass Sie wissen, es gibt sowas und es ist eigentlich völlig harmlos. Und dann verhindern wir wahrscheinlich auch, dass nicht nur das Kind ohnmächtig wird, sondern vor lauter Schreck auch Sie als Eltern.